Ich möchte mich an dieser Stelle einmal recht herzlich für die Post bedanken, die wir immer kriegen. Und bitte nicht will sein, dass wir nicht alles gleich beantworten können, aber wir haben kein eigenes Büro zur Verfügung. Wir sind am Ende der Sendung. Ich verabschiede mich im Namen von Love Generation, Three Degrees, Heinrich Weicher und Pilot! You leave me weary. You make me weak. I'm so tired. Don't you call me, I don't want to get up. You make me worry. You make me work. I'm so tired. Don't you call me, I don't want to get up. I'm hard enough. Why not let me up? Hard enough, hard enough. With no money now. Living just enough. You've heard it all. Had it all before. Oh no. Don't try to please me.